Da ist die Kompetenz am Start. So, was Leute? Der Schmacki hat ein Skill gepachtet. Front Force. Ja. Welkom zurück zu GoofTube. Ja, ich habe das Passwort letztes Mal nicht aufgeschrieben, weil ich es ja eh auf Aufnahme habe und trotzdem glaube ich nicht, dass das Spiel noch so hingehen geht. Ja, jetzt wird hier rasch. Ich bin Goofy, und meinst wie Maxi ist Schmacki auf der Glocki. Genau. Carlo Goofy ist Hedi. Und Vorsicht, Karabinchen. Doch, Hürde. Gotti! Da gab es ja auch noch eine Karabinchen. Ne, der ist Cäsar, der Hund. Genau. Ne, ich bin Karabinchen. Ja, ja. Carlo ist ja seltsam. Die scheinen mich für ihren Ketten zu halten. Noch, Jukko, ich kann das nicht. Ich glaube, es ist Kressen, ey. Äh, Karabinchen, hässlich aussieht. Ist das bestimmte Force? Ja, eine S. So eine S. Boah, jetzt geht es aber. Ja. Jetzt werden ne fetten Bob getroppt. Ehe, hehehe, noch fetterer Drop als Salvo. Äh, wow. Äh, wow. Na, jetzt geht los. Also, ähm. Für Leute, die meinen, äh, ihr zieht euch ganz halt über die Force. Ja, der Arme so würde nie zur Abung kommen. Äh, das ist alles Spaß. Und das war ich davor auch. Pfff. Es hat dann einmal so, ey, das ist jetzt nicht die feine Englisch Art. Ja, ich zeig euch. Dann, dann kommt der Force mit seinem Monokel hier an. So, ne, du. Ne, es ist mal bei Richterin Barbara Saales, die der Force. Ja, ja. Forst. Hrwara Saales? wait, wait, wait. Was... Das schmackiärtig, dass ich da nicht will. Obwohl das altisch, da gammel der Geist mit der Initiative begriffen. Tja. Ne, die sind gerade. Ohje. Ja, was ist geschehen. Ich hab gar keinen Sound oder ab der Kerzen an nochmal. Ich glaub, die Tür ist jetzt offen. davor ist es schuld ja es kommt das forschen kurz schmeißen soll ich ab gibt es menschen schmack jetzt schon wieder nur leben was sein passiert was sagt nach natürlich spieler schmack nicht wie gewisse menschen und da sieht man jetzt werden die richtig bösen sachen gebraucht da drehte folgt wieder auf ja das ist für das schmack ist aber müsste weg sprengen wir alle ihr müsst da einen pinörkel vor das ding schießen ja so ein bomben ding da ich glaube ich hätte es gehabt ich muss nicht erst mal explodieren ja auch schon so einen gedanken es ist zeit es ist bombardteil mir soll ich sagen oder was das kann man nicht das ding und doch doch kann man sicher ab der ort der zeit guten morgen guten morgen haben sie was zu besorgen bringt den wasser haben muss seit dem fall für viele bus hallo jetzt hier ich weiß schieb mal der block da nach vorn du kannst ihn auch kippen das muss jetzt schnell hin ich hab das nur getreten jetzt aber das schmackige puttel leben ja ja da hat er die hingeblutet das war der monster next nimm das nicht ich nehme das Licht da kommt das monster mit das Let's Play ach nein das erinnert mich an der Lundra so Eis sollen schieben oh das ist lecker kann man das kippen Eisblock Rätsel oh das ist lecker er erinnert mich an den oh das kenne ich von Männischke das ist wie Alon 3 erinnert mich an Pokémon Kristall ihr könnt doch gar nicht schieben da jetzt oder mich jetzt bescheuert ne ich kann nicht schieben was kann man denn hier machen könnt ihr mit der Kerze was machen ich mach alles auf jeden Fall kann man drüber los der hätte ich wieder hier Feuer an also wir müssen schnell genug sein aber im Moment warten wir jetzt mal ihr seid 246 das wird ja wohl schwingen in Haut ja da musst du schmackig auch warte 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 dann mache ich die beiden so mach oder geht das nachher reinfolge lol du bist so ein Wichser und da sieht man es mal ja äh toll der Wohlfahrtsdraufel ja negativ skill ich könnte wieder was sagen aber dann wird das Niveau noch mehr sinken wobei es Niveau ist ja schon ganz egal ist es egal die MS Niveau sinkt ach das ist der forsische skill der force effect so so dass das schießt überhaupt eine komische dinge da durch die gegend der schmacki man trenne mir wieder der poll hat einfach nur das der rätsel auch schon an dem moment ich tötet es mal kann ich nicht einfach mit der kerze verbrennen das wäre so viel einfacher ganz im kurs geben da ich wollte vorskönig sagen wir müssen die linken dinge irgendwie wegkippen hey das ist aber jetzt ich denke gerade nach irgendwie komme ich auf nichts könnte dir eigentlich auch gegen euch selber schieben der haut euch nur weg ja ich glaube schon moment es bringt alles nichts in die finger hoch und kicke und ich gucke mir das jetzt einfach nur an wo moment so Äh, muss man überlegen. Das linke ist leicht, das darunter auch leicht. Das so, das so, das so, das so, das so, ich hab's. Kick doch. Okay, das war jetzt echt schwer hier. Ah, Moment. Da könnte alle auf einen Schlag weg machen. Schmacki, nicht, 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 nicht. Hallo, kommt zu mir, Wichser. Ähm, Barsamzweck. Da hat der Schmuggi gezeigt, was drauf hat. Moment. Oh, danke. Da hat ja der Obel hier eigentlich gesehen. Das ist meins, den geb ich. Ganz heimlich, geil, dass er sich da nicht lebt. Ich hab draußen für jetzt eine Schneemaschine wieder gelegt. Warum? So früh? Äh, du hättest einen Grafik-Bug bei mir. Joll? Nee. An mir hast du total verkopiertes Fass gehabt. Hast du mal gleich verdrinnen? Respektvolle Fass, ja. Das ist ja schon halb vier um uns. So kommen wir immer zu später Stimme, zu so später Stimme auf so einen Schlag. Kack. Hallo, das ist die ehrenvolle Let's Play. Natürlich, das ist ja auch geil, aber irgendwie... Irgendwie kommt man der Raum so bekannt vor. Ja. Das ist fast so wie... Aber warum? Boah, der kommt doch einen auch bekannt vor. Das war jetzt nicht mal negativ, das war... Berühmt-berüchtigt. Alter. Du Köttböller! Körspendikote, oder wie? Da sind die Köttböllers. Und da sieht man. Und da sieht man. Ich glaube, weil Max Kleiner ist. Der steht einfach. Ach so, ich soll durchgehen, oder wie? Ja, einer am besten. Das wäre smart. Das wäre smart. Moment, ich schau mal. Lass mich das machen. Ah, es kommt doch wohl. Jetzt wird es knifflig. Das ist der Crash Bandicoot rum. Das ist der Monster Mix von aller Fangsten. Ähm, ja, der schießt wieder seine Schwertelte gegen diese Saracene da hinten. Der Saracene. Der Saracene. Der Saracene. Der Saracene. Ich weiß... Ich weiß nicht, warum man die Welt von der Saracene genannt hat. Nämlich Araber. Vielleicht klingt Araber zu feindselig. Das war schon normal. Ja, das ist ja wohl jetzt nicht so hochkritisch. Ja, das ist einfach. Ja, da müsst ihr euch aber absprechen. Okay, schießen schon mal rüber, wenn der Wolf gleich da ist. Ja. Sovorsprach immer so lange. Und jetzt kommt das Ding. Ja, und jetzt wird hier rascht. Ey. Moment. Moment. Und da sieht man. Was ist denn das für... Ne, ne, das ist das aber zu lieb. The Donkey Kong Lord Level. Das heißt. Ähm. Wie sind wir jetzt links oben? Da zieht wieder Bostür aus. Da müssen wir glaube ich nicht links. Könnt ihr mal gucken, was so lecker ist? Ähm. Ihr steuert mal die Dinger. Und jetzt? Ah, genau. Den Steuerkreuz steuert man den. Komm her. Falsche Richtung. Hör du schon was. Was tust der Pferd? Ja, geh doch einfach durch die Tür. Ach so. Also. Ich dachte, die Muten. Oh, ja. Danke. Ich dachte, die Muten. 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 Ja, da ist. Ähm. Kombo. Da sieht man wieder nicht trojanisches Pferd, sondern forstisches Pferd. Die trügerische Lasagne. Ähm. Jetzt kommt der Schmalz. Ich muss hier wieder aufspüren oder wie? Das hat es irgendwie nicht gebracht. Vielleicht wäre das ein anderer Weg gewesen. Ja, stimmt. Das heißt, noch mal mit der Lohre fahren. Nur. 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 Ja. Der Schmacki, der fliegt immer wie ein Pinball durch die Gegend. Ja. Schmacki. Ja. Ja. Schmacki. Schmacki weiß, wo du los bist. Ja. Jetzt müssen die Knöpfe gedrückt werden. Ja. Langsam gut. Das soll das machen. Moment. Ja. Prüste ich mal nicht so auf. Ich weiß, du würdest gerne... Ein Knopf von einer zur Tür oben. Ich weiß, du wärst gern Blurack. Renn zur Tür. Dein. Ja. Ja. Uiui. Ja. Ok. Ähm. Ich find er knifflig und lecker. Ah, Moment. Der kickt da schon durch die Gegend? Ah, ich hab den kompletten Raum gesehen. Da kann man von da aus kicken. Der könnte da rein. Wenn man da nach oben klickt, dann könnte man da nach unten, dann mit links bringen. Ich habe um halb vier Uhr, um uns nicht besseres zu tun. Nein! Nein, eigentlich nicht. Ich lasse Schmacki mal das Münchmalz spielen. Ich wollte FAP ausreden hier. Von da aus kann man hier suchen links. Ah, ich glaube, ich weiß schon, genau. Und da. Und da. Nach oben wäre er dann da, nach rechts wäre er da, nach unten wäre er da. Genau. Ich sag's dir wohl. Das Spiel forderte Hirnschmalz. Sag's dir gleich. Geh mir aus dem Weg oder du wirst leiden. Du wirst weggebauern. Du wirst weggebauern. Das ist eigentlich nicht einfach. Ja, sag's dir jetzt. Ja, sag's dir jetzt. Ja, sag's dir jetzt. Und demnächst nach oben, da ist doch wieder am verzweifeln. Ja, ich bin schon grad verglütscht. Ja, ich bin schon grad verglütscht. Ja. Jetzt sag ich raus wie der Grafik back gerade. Ja. Oh, ja, ja. Vier von den Dixen. Töten. Sie müssen alle töten, wa? Glaube ich. Dann geht die Tür auf. Ähm, alle töten. Das heißt, alle auf eine Stelle. Nee, das ist fast unmöglich. Okay. Max muss schnell sein. Ich hab hier drei. Go, 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 go. Geh sie? Hallo. So, wir reißen es still. Das sieht verdächtig aus. Hallo. Da ist der Lou drin. Da geht's soweit, aber da geht's nicht soweit. Irgendwas scheint zu fähren. Irgendwann vielleicht ist es aus der rechts ist, aber ich glaube... Da gucken wir im nächsten Part rein. Das war Goof Troop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder ab für euch. Tschüss. Tschüss.